Vor allem wenn Interviews, Podcasts, Videos usw. in echter Profi-Qualität schnell, einfach und vor allem ohne Nachbearbeiten mit Ihrem Smartphone aufnehmen, ist das neue Voice Technology Interview Kit VT506 Mobile die Lösung dafür. Das Kit beinhaltet zwei ausgemessene VT506 Mobile Lavalier-Mikrofone, d.h. Smartphone-kompatible Versionen vom bekannten Swiss-Made VT506 Lavalier-Mikrofon, welcher hauptsächlich mit Wireless-Systemen eingesetzt wird und seit vielen Jahren weltweit ein Industriestandard für Broadcast- und Filmproduktionen ist. Im Kit ist auch der IA2-Adapter enthalten, mit Anschlüsse für zwei Mikrofon- und Kopfhörermonitoring, zwei Professional Windscreens und zwei Alligator Clips. Diese Zubehör ermöglicht eine flexible Montage in verschiedenen Situationen. Das VT506 Mobile kann problemlos am Hemd, am Pullover usw. montiert werden und schon nach kurzer Zeit vergisst man, dass ein Mikrofon im Kleidungsstück montiert ist. Das VT506 Mobile ist mit einer sehr hochwertigen Kapsel mit Kugelcharakteristik ausgestattet und zeichnet somit die Stimmen von allen Seiten auf. Ein grosser Vorteil ist, dass man sich nicht konzentrieren muss, wie man ins Mikrofon einspricht. Man kann auf diese Seite schauen oder man kann auf diese Seite schauen, der Sound bleibt konstant laut. Ein weiterer Vorteil von Lavalé-Mikrofonen ist, dass sie sehr gut bei lauten Umgebungen funktionieren. So wird das interne Mikrofon der Kamera klemmen. Das VT506 Mobile Lavalé-Mikrofon funktioniert mit den meisten Smartphones. Eventuell wird noch ein Adapterkabel vom jeweiligen Smartphone-Hersteller benötigt, um den IA2-Adapter am Smartphone anzuschliessen. So Zubehör werden aber relativ günstig angeboten. Im Unterschied zum normalen VT506, der mit einem Stecker für das jeweilige Wireless-System konfektioniert ist, ist das VT506 Mobile mit einem 3,5mm 4-Pin-Stecker passend für das Smartphone ausgestattet. Das Mikrofon kann so am IA2-Adapter oder natürlich auch direkt am Smartphone angeschlossen werden. Und das 2,5m lange Kabel ermöglicht zu filmen, mit genügend Distanz zur Smartphone-Kamera. Die zwei im Kit enthaltenen Mikrofone sind übrigens ein gematchtes Paar. Das heisst, sie sind ausgemessen und gleich laut. Das Kit ist also die perfekte Lösung für ein Interview mit zwei Personen. Stimmen können mit dem mitgelieferten IA2-Adapter mit gleicher Lautstärke aufgezeichnet werden. Und zeitaufwendig das Nachbearbeiten der Beagle erübrigt sich. Einfach Plug-and-Play mit dem üblichen Audio-Recording oder Film-App. Damit ihr euch jetzt mal von der Tonqualität dieses Kit selbst überzeugen könnt, filmen wir aber jetzt mit dem Smartphone, also genau so, wie man es mit diesem Kit macht. Wir simulieren jetzt eine kleine Interviewsituation. Mirko, danke vielmals, dass du dir hier kurz Zeit genommen hast. Sehr gerne. Das VT506 Mobile, ist das eigentlich auch geeignet, um unter den Kleidern zu montieren? Ja, das war eigentlich die Idee hinter dem Ganzen, dass wir gesagt haben, wenn man unter den Kleidern das Mikrofon trägt oder auch sonst mit etwas abdeckt, dann hat man so eine leichte Dämpfung in der hohen Frequenzen. Und das kompensieren wir eigentlich mit dieser Höhenanhebung beim VT506. Okay. Danke vielmals für die Informationen. Sehr gerne. Wenn ihr noch weitere Fragen zum Interview gehabt habt, fährt der VT506 Mobile. Gerne in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.